st wer steckt denn da fest wer hat das heute geschossen wo bist du? wo bist du? Team 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 Warte kurz, du sollst nicht direkt anfangen du sollst ja einfach warten, du sollst ja einfach warten und wenn jemand kommt, dann ficken wir ja wir haben eine Leise dazu wo ist der? ganz ruhig, einfach warten wo bist du? ich bin ein Ficker, Junge da hat wer Pistolen hey, hier oben ist... nein yo bros, was geht ab? komm hoch wir sind beim Wappen bleiben Sie still ich gehe durch ins Bett hey, wer ist da drüben? wer ist da drüben? sag Namen oder schieße Junus Junus okay tu doch, Kako ey, wir haben auch eine Pistole ey, lass mal da drüben löchern Warte, ich hab noch ein paar Kugeln ich kann noch ein paar... oh mein Gott, ihr Pistler oh mein Gott, ihr Pistler guck mal hier rauf warte nein, nein, nein guck mal einer zu mir guck mal einer zu mir nein du stopp ey, es gibt noch eine Bombe ich kriege... oh ey Kling, komm rein, komm rein erst mal, lass doch so eine Leiter bauen, okay? nein, psch, 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 psch Leute, Leute, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu ich denk mir eine Zahl aus zwischen 0 und 10 ey, fenn, 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 fenn kreif, 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 nein Klecks, Achtung, ich komm ey, ey, fenn I'm choking, bro, I'm choking renn oh mein viermal, viermal hintereinander wow warst du gerade aus, oder was? ey, wer ahnt denn, dass alles gerade aus ist? ich kann nicht ich kann nicht ich kann nichts mehr sehen schau mal nach links ich kann nicht oh du Pfeiner oh Junge, wer steckt von heute? ey, wer ist denn da auf dem Bauch? hä? wie soll man da hochkommt zu euch, alter? ganz ehrlich, ihr habt einfach gewonnen Lidia und Hoppe ihr habt einfach gewonnen ey, da kann man gar nicht hin wo ist der? da, guck mal, Hoppe ist da hoch oh mein Gott nein nein no hallo Lidia, hallo hallo wie geht's so? schöne Aussicht von hier oben sag mal, warum hast du einen größeren? ja, das ist die Lebenserfahrung heheheh